Wir freuen uns, Ihnen wieder das Gesamterlebnisberg zu zeigen. Spüren wir diese Faszination gemeinsam. So, wir freuen uns schon mit unseren Kindern wieder Pony reiten gehen und auch mit den Alpacas spazieren gehen. Wir freuen uns darauf, dass unser Morgen besser wird denn je. Wir freuen uns mit euch auf die tollen Geschichten und Abenteuer, sowie die gemeinsamen Erinnerungen, die ihr dann mit zu euch nach Hause nehmt. Ein Stück Gitschberg am Ende des Sommers. Wir freuen uns, unsere Türen und unsere Herzen wieder für euch zu öffnen. Wir freuen uns, wieder Wasser ins Pool zu lassen. Wir freuen uns, mit euch wieder Knödel zu rollen und nette Gespräche zu führen. Wir freuen uns auf den Happy Club. Ach die Kinder! Wir freuen uns, mit euch wieder unsere wunderschöne Natur zu genießen. Wir freuen uns, wenn wieder Gäste kommen und ich mit ihnen spielen kann. Wir freuen uns schon, mit unseren Gästen unser gewohntes Plauderstütchen zu halten. Wir freuen uns, unsere Freunde wieder zu sehen und viele neue Freunde kennenzulernen. Wir freuen uns sehr, wieder in der Natur zu sein und frische, gute Bergpuff zu arbeiten. Wir freuen uns, euch endlich wieder auf der Bacher Hütte begrüßen und verwöhnen zu dürfen. Wir freuen uns, mit euch bald wieder auf die wunderschöne Fahne anzuwandern. Wir freuen uns, dass es wieder bei GAUT geht. Am 20. Juni öffnen wir wieder für euch. Bis bald! Verz времени Bis bald, bis bald. D Rs.